In einer Suchanfrage sollten unter anderem alle relevanten Suchbegriffe auftauchen, die in der wissenschaftlichen Community genutzt werden, um den Sachverhalt zu beschreiben. Wir sollten uns zur besseren Übersicht deshalb eine Tabelle mit allen Synonymen, Oberbegriffen, Unterbegriffen und Verwandtenbegriffen anlegen. Jeden einzelnen Begriff schreiben wir in ein Tabellenfeld innerhalb der gleichen Spalte. Die unterschiedlichen Aspekte einer Frage sammeln wir in den einzelnen Spalten. So haben wir einen guten Überblick. Innerhalb einer Spalte werden alle Begriffe für die Suchanfrage mit dem Bullschirmoperator OR verknüpft, da uns egal ist, welcher Begriff im Treffer auftaucht, aber es sollte mindestens einer sein. Ein Thema wird dann in eine runde Klammer geschrieben. Das zweite Thema wird mit AND als Bullschirmoperator verknüpft, denn es soll aus beiden Aspekten des Themas mindestens ein Begriff verwendet worden sein. Innerhalb der Spalte verknüpfen wir also mit OR. Zwischen den Spalten verknüpfen wir mit AND. Zum schnellen Einfügen der Wortliste kann direkt aus Excel kopiert werden. Wenn in jeder zweiten Zeile bereits ein OR steht, umso besser, denn dann muss es nicht zusätzlich in der Datenbank eingefügt werden. Diese Suche kann nun einfach per Copy and Paste in unterschiedliche Datenbanken übertragen werden. Das Tool, den Begriff derJenken schon abATOR hat. Sieben 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 Untertitelung des ZDF, 2020